wollt ihr wissen was in diesem päckchen drin ist was ich zugeschickt bekommen habe und zwar von love ich habe mich da sehr drüber gefreut weil ich habe noch nie irgendetwas von dieser kosmetik ausprobiert ich weiß dass es die auch nicht lange auf dem markt gibt ja dann schauen wir mal eben rein wie machen wir das ich drehe euch mal kurz um ich mache das mal eben für euch und da haben wir ein gärtchen die inhaltsstoffe was ich sehr wichtig finde dass man da so ein bisschen schaut was alles drin ist und natürlich habe ich schon reingeguckt und ich war oder ich bin begeistert hier haben wir zum beispiel ein fixingspray dann haben wir hier ein gel topcoat schade die kamera fuchs fokussiert nicht okay dann haben wir hier ein make-up korrektor da kann man kleine make-up hier haben wir ein duo eye pencil duo augen konturen stift okay das hört sich ja interessant an dann haben wir hier ein ein lippenpeeling in stiftform was ich auch sehr interessant finde und dann haben wir hier wie heißen die korrekturstifte und zwar in den komplementär farben ein stift ist mit vier sich und grüner farbe und ein stift mit vier sich und lavendel und vier sich korrigiert ich guck mal in vier sich farben korrigiert augenschatten und da und grün neutralisiert optische rötungen und lavendel muss ich mal eben selbst schauen lavendel lavendel neutralisiert optisch fahle haut ok ja schön ich drehe ich mal kurz um ja also ganz tolle sachen da drin ähm ja wenn ihr euch fragt wieso kriegt die dann immer so viele schöne päckchen zugeschickt von essence und von catrice und jetzt von love ganz einfach ähm ich habe einfach beim blogger gewinnspiel mitgemacht also alle blogger können sich da anmelden und ähm beim gewinnspiel mitmachen und ja dann wird dann gelost zwischen den bloggern oder unter den bloggern und ähm ja ich hatte in letzter zeit äh öfters glück gehabt das freut mich sehr ok ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss Tschüss.